Herzlich Willkommen zurück zum Laufwerk von Let's Play City Skylines. So, uns fehlen die dummen Arbeiter. Die sind alle viel zu schlau hier. Wurde 30% ungebildet sind aber trotzdem viel zu doof. Du guckst es mal an. Oh, das See ist ja kaum wieder eingezogen. Die müssen wir bauen. Hier entstehen ja schöne Sachen. Kann ich eigentlich Dings bauen? Das, was ich gerne bauen würde. 135.000. Das könnte eigentlich, gebe ich mir was anleihen. Ja. So. Damit ist dieses Viertel hier perfekt. Wir müssen doch eigentlich alle bloß noch von der Autobahn rüberfahren können. Mal sehen, ob es das macht irgendwann. 37% ungebildete Arbeiter. So. 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 Ich habe auch noch nach Motz geguckt, da gibt es bestimmt auch einen, der automatisch alles abreißt, hier richtig. Ich habe ja das Gefühl, ich reiße das halbe Industriegebiet komplett nieder. Guck mal, wie viel Platz hier dazwischen mittlerweile wieder ist. Und es geht noch weiter. Weil es keine Industrie mehr da ist. Guck mal, es gibt mittlerweile Lücken ohne Strom. Hier noch irgendwas. Hier sieht es mittlerweile gut aus. Mir brennt eigentlich auch relativ selten irgendwas. Aber hier auch, guck mal, zack. Wirklich, ich kann hier ein ganzes Viertel wieder abreißen eigentlich. Sonst fällt mir auf. Noch ein Zweck. Ich habe das Gefühl, die Doofen kommen einfach nicht da drüber. Guck mal, hier arbeitet zum Beispiel 28 Stufen. Guck mal. Das war's. ich mache jetzt hier noch mal eine doofen strecke so das ist die doofen strecke zwei halte ich da hinten mal da ist auch noch gar nicht mehr so schlecht können wir noch ein paar taxidinger hinbehalten ja sowieso würde eigentlich auch keiner den zug doch noch rüber führen wollen muss das mal noch mal lernen lasse ich den zug nämlich oder nee halt warte wir machen ja draußen U-Bahn wir machen hier draußen U-Bahn so jetzt haben wir schon rotz gemacht ich mache hier draußen doch keine U-Bahn so sieht eh genau da könnte man nämlich jetzt huch, habe ich jetzt alles aufgelöst so und so ist das nicht perfekt so jetzt gehen wir nochmal mit dem Abrisskommando hier durch die Strom an sich ist gar nicht mehr so unperfekt dafür ne das ist echt unnormal hier sonst kann doch gar nicht der Strom ausgehen oder sonst so was ich verbrauche auch mal weniger hier so was ich wahrscheinlich auch machen werde das ist ein Industriegebiet so das ist ein Industriegebiet wird das erst ein Grabgebieter auch ein Industriegebiet so Es war einfach, weil ich es kann. Ach, ist das schön. Das funktioniert hier alles. Okay, wie sieht es denn hier aus, könnte ich, guck mal, könnte ich super was zurückzahlen. Schon mal eh einen Schuldenberg weg. Gab es den ja noch, Tschetsky vorleihe. Jachthofen. Angelthurn. Restaurant Pio. Okay, gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie... Verbinden können. Verbinden können. Ich muss noch mal was gucken, wenn ich jetzt... Das hier baue. Kann ich da dran? Nee. Verstehe ich immer noch nicht, wie es funktioniert. Niemand sowas baut. Aber was man da genau anschließen muss. Gibt es hier noch? Guck mal, es gibt es sogar doch mit Bäumen. Oder muss ich hier nicht draußen mitnehmen, ist nichts zu bauen. Der hat das Kindeproblem. Ja, aber das sieht alles irgendwie komisch aus. Weil die kürbische Küste aber auch so steif ist hier. Ich habe mal nirgends wie eine flache Küste. Jetzt siehst du doch üben. Alles so steil. Wo ist hier denn los? Wasserverfügbarkeit lässt auch noch. Das wird jetzt wieder steigen. Ich habe hier ganz normale Abwasserrohre. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Okay, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.